Musik 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 Is this seat taken? I'm not looking for company. You're in Paris, my friend. In this city, no one drinks alone. So, what are we celebrating? We, Art. But if you're keen to get your teeth kicked in, I'd be happy to oblige. I'd have thought you were too busy kicking yourself. With good reason, I'm sure. Was ist hier? Du denkst, dass du der einzige Mann in Periope, um die Gefängnis zu verraten? Diese Stadt ist mit Menschen wie uns. Wir haben alle gute Gründe. Ich habe dich in den letzten Wochen gesehen gesehen. Ich habe gesehen, dass du keine Liebe für die Nazis hast. Die Frage ist, wie viele mehr Menschen sterben in den Händen dieser Jack-Booten-Killern, während du da sitzt, wie ein Pferd-Dog? Ah, du bist so großartig, um diese Händen zu spüren über meine Hände zu spüren, aber du wirst nicht ein Finger, um diese Leute zu helfen? Das ist nicht mein Land. Oh, hast du verabschiedetst deine Bewusstseins an der Grenzen? Das die Need für Justiz end an irgendwelche Linie auf der Karte? Aye, wenn es eine Karte von Irland ist, diese Frisch-Minnen haben keine Realistik-Expectations. Öffne deine Augen! Die Krieg ist überall um uns. Du kannst es nicht wegnehmen. Du kannst hier schlafen und die Kriegung für bravere Menschen schlafen. Oder du kannst aus der Tür gehen und machen, was du gemacht hast! Die Wahl ist deine! Du kannst es nicht wegnehmen! Das Art von der Karte wird uns beide eine Bühne in den Händen. Ich möchte noch mehr machen, als zu sprechen. Ich bin da ein paar Worte. Ich bin da und da. Dann bin ich da, wenn du bereitst, um zu schlafen! Ich bin da. Wenn du bereitst, um zu spüren. Ich bin da, wenn du bereitst, um zu schlafen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I know a place where we can get what we need But first I must know Are you prepared to kill if necessary? Oui, I see it These Nazi bastards bought their own tickets to hell I'm just laying out the welcome mat That's my car there I'll drive Let's get moving Where are we headed? I spotted a German supply cache nearby I am sure they won't mind if we borrow a few things Have you ever handled explosives before? I handled a bombshell once Turned out she was married Is he serious? All right, keep your knickers on I know what I'm doing I had a feeling you would Look at this Nazis everywhere Infesting my beautiful city like cockroaches They certainly made themselves at home It's time we showed them a different kind of hospitality I've been to you I know what I mean That's my thing I need it I know it I know it It's time we wait We wait I know it So you want to go You must know it Die Supply-Cache ist nach dem Alley. Wir gehen. Schau mal die Spine als Jackals. Ich kann es nicht mehr so tun. Wow, steig, mate. Wir gehen nur an, was wir gekommen sind. Es ist ein Frore du Merde. Christ, hier geht's. Ich greife seine schwache Seite an! Ups! Vorrocken! Wie kommst du gegen den Vermeer hin? Verdammt! Was ist das? Hilfe! Meine Eier! What the fuck was all that about? Ah, not now. Let's go. Ich segne Sie! Da, hier! I' sem line! Es ist seine Sachen! Da, da! Ich bin unterwähl! Das Explosives wird gut machen. Just remember to save at least one charge for the fuel depot. Let's get back to the car. Ah, the red stuff's supposed to stay on the inside. How are you feeling, Irishman? I'm anxious to get the real show started. Ah, most men would have lost their nerve by now. Tell me, my friend, what were you doing in Ireland before you came to my country? I was a mechanic. Not that it's any of your business. A mechanic, yeah? Well, the resistance could do the good mechanic. I didn't know there was a resistance in Paris. That's about to change. After tonight, the Nazis will have a new enemy to fear. The depot is just up ahead. We'll need to create a diversion to get past that gate. The Nazis are trained to investigate the sound of gunshots or an explosion. Use that to your advantage. Ten pounds of high explosive on that truck should get their attention. Oi, that'll do. Start by climbing that building. Once you're on the roof, keep your head down and wait until the truck explodes. Then, use that telephone wire to cross the street into the fuel depot. While the soldiers are distracted, move in quickly and place a charge on the primary storage tank. I'll meet you by the gate when it's done. Watch your ass, Irishman. In honor of the Führer's birthday, curfew will be postponed 15 minutes tonight. I'll meet you by the way. That's my cue. Time to leg it. Oh, they're on the watch. That's for sure. I'll meet you by the way. 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 Fuck. Ich bin hier! We did it. Tonight we changed the course of history, my friend. Well, all we did is blow up a petrol station. Don't almost admit it. That fireball did make a pretty picture. You are wrong, Irishman. Something has changed. It is in the air. Can you not feel it? Well, now that you mention it, it is just the beginning. We will push back the darkness, free the city from its unrest, my friend. We will have much to do in the days ahead. Oh, aye. If by that you mean a sweet brunette and a glass of whiskey. Enjoy your reward, Irishman. You earned it. I owe you a drink. The war, it makes things so very ugly outside. I owe you a drink. I'm somebody nobody loves. Oh, me, oh, my, my, my. I'm somebody nobody loves. Oh, I wonder why, why, why. Oh, I mean, oh, my, 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 my... Oh, no, my, 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 my. Oh, boy. Ah, bollocks. What's got into you, mate? What the hell are you doing? What's it bloody look like? Your roar is my girl now, Sean. I will not have another man picking up her skirt. Oh, for fuck's sake, Jules. You're a driver now. You want respect on the circuit? You gotta stop thinking like a mechanic. All right, and put on airs like some posh wanker with a silver spoon up me arse. No thanks, brother. Veronique! Morning, beautiful. I'm coming along for the race. Vittorio asked me to take pictures. Couldn't it wait till I'd made myself a little more decent? I don't believe in miracles. Oh, my sister got all the charm. And the brains. That's enough screwing around. We've got a race to win. You boys have work to do. Both of you. Say the word, boss. Let's get our girl on the trailer. I want to be across the border by sundown. Ready to move out? The truck is loaded and ready to roll. And the Aurora? Trostcope tighter than a nun's arse. Good. Veronique and I will ride ahead. You boys take the truck and head east to the German border. From there, it's a straight shot to South Britain. I've marked the location on your map. Come on, Sean. Get in. Yeah, yeah. All right. All right. Das ist es, mein Freund. Nach dem nächsten Mal, du bist ein bekanntes Fahrer, und ich werde da neben dir, die Rewardser von deinem Erfolg sein. Welche Rewards hast du in der Tat? Die Frauen! Diese Germanen-Geräusche sind verrückt für Ressers. Wir haben ein paar Blonde-Beautys, die uns als Grapes gefeiert. Ich glaube, dass du es nicht aufhörst, natürlich. Ich mag das Votten von Confidence, Jews. Aber es gibt mehr zu fahren, als du in deinem Hohen geöffnetst. Vittori hat ein großes Geld gemacht, um zu machen. Wir werden nicht ihn verletzen, Sean. Ich hoffe nicht. Vittori hat größere Probleme, die heute zu beschäftigen. Wie was? Wie die Faktion, die Krieg könnten abwarten. Nichts? Die Bibel? Nur die Sport-Section. Diese Nazi-Bastards sind für eine Kampf. Wenn sie ihren Willen haben, werden wir alle aus dem Job gehen. Die Bordeaux, von der auf das Drain, werden wir alle der Faktion gewinnen. Nun gibt es noch den Weg zur Abdecke. Es wird noch nicht zufrieden, aber das ist dieowibe. Die Bordeaux passt mit ihm zu lassen. Da ist der Bordeaux, die vorzulegen. Es wird einfach nicht loswerden. Eher Lilium dreht sich inszuw Soldaten. Genau. Ich sollte meinen Lederhosen warnen. Ich bin ernsthaft. Diese Arschlöse sind für irgendwelche Entschuldigung zu starten. Guten Tag, Gents! Ich bin jetzt nicht weit entfernt. Ich kann die Petrofüllen aus hier. Du hast nur einen Augenblick auf die Träcke und die Pedale auf den Boden, mein Freund. Du lässt mich über die Reise beschäftigen. Du solltest für meine Manager sein? Was ist so lustig? Ich muss mich nicht als Mechaniker sein, wissen Sie? Ich könnte alles tun. Der Lehrer sagte mir zu mir, Jules, alle diese Kinder sind schuldig. Besonders deine Freundin, Javier. Aber nicht immer, Jules. Du bist zu clever für dein eigenes Gut. Ich dachte, Veronique hat die Brains in der Familie. Sie lief so zu denken. Was ist sie mit mir? Ich kann mich nicht genauer, wenn sie ist sie. Es ist nicht nur du. Die Veronique ist schwer auf Menschen in generell. Warum ist das? Ja. Einmal diesen Tag, ich werde dich nach meiner Familie in Paris gehen. Die Veronique war in der Belle de Nuit. Ich kann nur sagen, es war nicht dein typischer Freund. Sieht so gut. Mein Freund, du hast keine Ahnung. Ich bin froh, dass du endlich entschieden hast. Ich bin froh, dass du uns mit uns besitzt hast. Ich bin froh, dass du endlich entschieden hast. Ich bin froh, dass du dich in der Nähe von der Nuit. Du bist mit dem Schmerzen? Nur die normalen Gruppen. Schauen Sie für Autographen. Ein Toast! Für Tim Morini und Frau Frau Aurora. Für die Frau Morini. Für eine große Chance auf einen blöchsten Mann wie ich. Das war's für heute. Guten Abend, Herr Mourini. Es ist immer ein Freude, um einen unserer Italien-Frienden zu der Vaterland. Ich habe gerade meine Admiration für General Mussolini gesprochen. Ein Kindredspurt für unsere eigenen Führer. Ihr Land ist froh, dass es so ein Liedern ist, ja? Ressourcen ist meine Passion. Ich finde wenig Zeit für Politik. Manchmal, Ressourcen ist Politik. Nein, es gibt eine Unterschiede. Du musst mich verabschieden, Herr Mourini. Die Deutschen sind einfach Leute. Vielleicht würden Sie uns weiterentwickeln? Eine Hobby für rich Arsch-Holle, die nicht alleine ohne eine Flasche-Karte und eine Uniform-Karte. Die andere ist Ressourcen. Das muss sein, der britische Mechanik, der denkt, dass er ein Fahrer ist. Ich bin irisch. Es ist sehr früh. Warum wollen wir es nennen? Die Nacht ist jung, Fräulein. Stay, dine mit mir. Ich habe keine Ziele für deutsche Kuisine. Nicht noch, vielleicht. Aber bald, die Frauen von deinem Land lernen, zu spüren die Ziele von einer purebreden, deutsche Bratwurst. Bastard! Boss, get my crazy sister out of here before she cancels that skill. I am not going anywhere. Enough! I'm taking her upstairs. Pardon, you Nazi freak. Easy, mate. Save some for me. And stay the fuck down. I don't think he can hear you. Salute that, you fuckin' knock-juckie. The barman's talking to the police. I'll take care of Veronique. You boys, get out of here. Jules, time to get scarce. Right behind... Bollocks. Watch it, you bloody... Fuck me. Skyler? Oh, are you chatting me up? Hello, Sean. Hi, Jules. Nailed. We'll catch up later. Right now, we need to borrow your car. Wow, so much for awkward small talk. Drive the fucking car! Hold on to your arses. Just like old times, eh, Skyler? Never at all moment. How long have you been in town? Just got in, actually. I see you wasted no time running afoul of the local police. Those fellas behind us, they're just having a laugh. Is this Desperado routine meant to be a turn-on? I don't know. Is it working? Will you watch the fucking road, please? They'll radio ahead to set up roadblocks. Double back and you should be able to slip through the net. I teach you that in your past English school. Oh, benefits of a higher education. Are all English girls as crazy as you are? Give us a bit of privacy, would you, Jules? Oh, I'd love to, as soon as you check these crowds. Stop! It's a little bit of light! It's a pit stop when you need one! Oh, yeah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Patriotik-Heroen der Luftwaffe sind für die Glorie der Vaterland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Patriotik-Heroen des ZDF für funk, 2017 Die Patriotik-Heroen des ZDF für funk, 2017 Top of the morning, shithead! Die Patriotik-Heroen des ZDF für funk, 2017 Die Patriotik-Heroen des ZDF für funk, 2017 The Aurora has taken second place! I can hardly believe my eyes! This illiterate Irish upstart threatens to besmirch the owner of the German people! Son of a bitch! First place goes to Germany's Curve Derica, driving the silver darts for Team Doppelzee! No Sean, I forbid it! Did you not see what that bastard did? The race was mine, Vittori! Don't go looking for trouble! It finds us all soon enough! It's time we went home! I'll see you to the Aurora! Wait for me at the pit! What's that? That is where the silver darts would be on display after tomorrow's ceremony! What ceremony? In honor of Djerker's victory, the latest triumph of the Aryan race! Oh, bollocks! It'd be a damn shame if something were to happen to Djerker's car before the big shindig! You mean, some kind of freak accident? Oh, that would be terrible! Aye, tragic! Who's up for a little Sunday drive? I'm game! Where are you two going? Vittori told you to wait here! Uh, we won't be long! Jules! Don't be a fool! If you want to get yourself killed, I can't stop you! But leave my family out of it! Jules is his own man! If I may chime in... It's not polite to eavesdrop! Didn't they teach you that in balding school? Quite the opposite, actually! Perhaps you were too busy screwing your teachers to notice! Please, we can't all die, virgins! Brother, let's go, Jules! You're making a mistake, Sean! When did you become the voice of prudence? Djerker isn't who you think he is! Oh, he's not a motherless arse-faced knob jockey! He's dangerous, Sean! Let it go! Thanks for the tip! We'll see you girls later! Here comes our boy! Let's find out what he's up to! Oh, just get in the fucking car already! Don't get too close! We don't want to spook him! Hang back a bit, but don't let him out of your sight! This isn't the first time I've run a team! You know? Slow down! Move up! My sister drives better than this! Step on it! Don't go nuts! humans hidden away! Try the same deal in the car with you! Merely, damn right! Yeah, that's if you grow up! Steig auf ihn! Er sieht, dass er aus der Stadt geht. Es gibt nur einen Ort, wo er gehen kann. Das Doppelsieg Motorwerk. Das Ort wird mit Kräutschrauben geschehen. Diese Scheme unserer könnte sich schwierig werden. Ich habe gehört, dass das Ort über das Ort sein. Einige Leute sagen, dass sie mehr machen als Autos da sind. Der Herr Doppelsieg hat einen starken Freund in Berlin. Nein, Karl Eckhart. Ich sah ihn mit dem Rennen mit dem Banshee-Bodyguard. Franziska. Sie ist eine kaltige Frau. Das ist die Motorwerke nach vorne. Wir holen die Fahrt und schauen uns an. Er ist auf der Seite. Sie wollen ihn nicht sehen. Sie können die Fahrräume hochreppen. Sie müssen die Fahrräume hochreppen. Sie können die Fahrräume hochreppen. Sie müssen Fahrräume hochreppen. Sie müssen da einen anderen Schrauben hochreppen. Die Wand hat dort genommen. Sie choice zu hochreppen. Sie Sehen Lieutenant… Sie müssen hier ein bisschen geflogen. Ich bin nur ein Zimmer, das sind nicht im Gegenspiel. Man muss hier eine Bedrohung. Sie können uns nur ein Wurzeln sein. Ich bin französisch. Ich muss mich哇 so alt? Oh, fuck! You alright? Yeah, get over here. How did you learn to climb like that? Creeping out of bedroom windows at 3 o'clock in the morning. There's no way I'm letting you dead, my sister. Nice place. They should have a great view of the lake from up here. There it is. What do you say we take it for a little test drive? Right over that cliff. You can do the honors. I prefer to watch. Pay it out now! Pay it out now! Looks like I need to work on my parallel parking. Maybe we should leave a note, eh? Dear wanker, sorry about the bang-up. Send the bill to me arse. Give me right harm to see the look on that tosser's face. That can be arranged, Herr Devlin. Shite. Jules, hold on, Jules. Stay with me. Stop! Stop this! For God's sake, stop hurting him! Jules. I'm here, Jules. I can't see. Jules. Your friend cannot hear you at the moment. I'm afraid the pain was more than he could bear. Franziska tells me you have been eager to see the look on my face. I hope you are not disappointed. What the fuck is going on here? Do you believe I spend every waking minute behind the wheel of a race car? I have other, more practical talents with which to serve the Reich. My services are in great demand of late. Why are you doing this? I'm a patriot. You're a fucking animal. We are all animals beneath the skin. My godfather taught me that. He was a butcher, did you know? He taught me that the flesh holds no secrets once the skin has been removed. I had a long talk with your friend. He sang like a bird. But he could not tell me what I most want to know. And what is that? Bishop is not half as clever as he thinks he is. He imagines that we are all blind to his childish schemes. Typical British arrogance. Who the fuck is Bishop? Maybe you should be talking to him. Do not insult my intelligence. We know that you are a British agent. We know that you were sent here to conduct surveillance on this facility. What? You think I'm working for the damn Brits? You must be out of your bloody head. Enough. You will tell me every operational detail of your mission. You will tell me. One way or another. Pull your head out of your arse, man. I've got no idea what you're talking about. Your choice is simple. You may choose to tell me exactly what I want to know, freely and without omission. In which case, you and your friend will return to France to live out the rest of your lives in peace. Or you may refuse. Are you there? I'm right beside you, Jules. In which case, neither of you will ever leave this room. Make your choice. Now. Go fuck yourself. Go fuck yourself. No! Stop! You fucking bastard! God's a prisoner. The interrogation will continue when I return. The interrogation will continue when I return.